Es ist schön, wieder bei euch zu sein, hier eine zweite, was für den ersten Heimatstatt für uns. Wir haben viele Dezembermonate hier in Berlin verbracht. Der Alexanderplatz, der Kusserland und seine Superzeit und jedes Mal ein Benügen. Wir singen jetzt ein paar Lieder aus einer Platte, die ziemlich viel verkauft hat. So die dreieinhalb Millionen deutscher Haushälte haben wir in Berlin. Und hier das Geräusch, Keep to my heart. Und hier Das Geräusch Musik Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020